Macht mich der hier von der Seite an. Äh, da kommen wir wieder runter, ne? Naja, was soll's. Egal. Gutschauen. Die Hände. Äh, die Drohnenkanone, die Alien-Energie nämlich. Ja, würdest du jetzt endlich den Elektrostab brauch ich nicht? Was ist denn der Wert 18? Pass mal auf, ich hab da vorhin noch so ein Ding aufgehoben. Da ist es nämlich. 192 Kilo und dann haben wir hier noch das drum hier. Ja, nimm mal alles mit. Ist hier noch irgendwas? Nein. Nein, 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 nein. Ah! Ich bin nicht. Ehh, dem ist die Birne runtergefallen. Ehh, Energiemodul, Biogel und Alien-Atomisator. Benzinmotor. Wofenrohr. Ventilator. Äh, denn, äh, das Biogel und die Tintenfischnahrung. Den Elektroschockstab kannst du knicken, den brauch ich nicht. Haben wir irgendwas hier zum Kontrollieren? Ne, schade eigentlich. Hier irgendwas? Hm. Aber hier hab ich jemanden zum Ausnehmen. Den Atomisator mit 358 Ocken. 205 Kilo. Ja, kann ich alles gut gebrauchen. Hoppala. Irgendwas? Schade. Wo sind denn die ganzen Schalter, ey? Oh, scheiße. Scheiße. Oh, eine Kiste. Mit allerlei schönen Sachen. Naja, fast. Äh, 215 293. Ei, 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 ei. Ich nehm bitte das Zeug mit, ne. Der ist nicht feindlich. Den kann ich aber auch nicht steuern. Aber ich krieg Erfahrungspunkte. Nahrungspunkte. Äh, die Wurmnahrung und das ganze Tralala nehme ich mit. Oh, gut, schau mal. Ein Plasmagewehr mit 8 Kilo. Scheiße. Metallrüstung. Energiezeilen. Äh, Mikrofusionszellen. Oh, Alienkristalle. Äh, Fuchl. Plasmagranaten. Plasmagranaten. Gatlinglaser. Und die Trümmer hier. Biogel, zwei Stück. Kampfrüstung und Tesla-Rüstung. Aha. Und Behälter. Den kleinen Kristall des Epoxidharz. Der ist ein Energiemodul. Ach. Die sind so überlastet. Oh. Hoppala. Ist die Kuh vielleicht... ...feindlich gesucht? Niemand töte Tiere. Bauer, du Erländiger, du. Äh, die Kanone XB. Pöp. Was ist das eigentlich? Ah, ja. Dann haben wir wieder mal einen Fehler. Wert 999. Bram in Steg. Ach so. Was ist das? Ein Aschehäufchen. Wie kann das sein? Der hat doch gegen die Kuh gekämpft. Oder haben die sich gegenseitig erschossen? Der Teleporter ist ausgeschaltet. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und hier ist wieder nichts zu markieren. Äh, zum öffnen oder zum aktivieren. Was mach ich hier eigentlich? Was will ich denn hier? Wo muss ich denn lang? Oh, hoppala. Schau mal, die haben wir aktiviert. Gehen wir mal dahinter. Plasmagranate. Da ist ein Durchgang. Oh, Wurmnahrung. Und Tintenfisch. Hm, ich liebe Tintenfisch. Kleine Klamaris. Lecker. Da ist noch ein Eingang. Grafenlabor. Ah ja, da kommt er her. Oder? Aktiviere ich noch ganz schnell das Ding hier. Ach, das ist sowas wie ein Schießstand. Ach, das ist sowas wie ein Schießstand. Schick mir den Nächsten. Da kommt er. Doch. Oh, Gaui. 37 Erfahrungspunkte. Da kommt er. Wieder 45 Erfahrungspunkte. War's das schon? Mehr kommt nicht? Schade. Warte, da liegt grad was Rotes. Da. Es ist noch was Rotes auf der Karte. Oh, hier haben wir noch was Schönes. Was ist das? Sag ich doch. Hier kann man ein bisschen schießen üben. Auf Kühe schieße ich nicht unbedingt, naja. So. Ich bin nicht auf Tiere schießen. Wenn's nicht unbedingt sein muss. Da kommen wir her. Gut. Da kommen wir her. Sag, wo geht's denn jetzt weiter, ey? Der ist leer bereits. Wert 300. 100. Wups. Ähm. Reparieren. Alien, deswegen die Krater habe ich ja auch schon wieder aufgehoben. Ein paar. Chinesische Pistole. Wert 30. Weg damit. Ah. 0,5 Kilo. Impulsgranaten. Kronkorkenmine. Plasmagranate. Splittermine. Klamottenmäßig. Was habe ich denn klamottenmäßig dabei, was ich nicht gebrauchen kann. Hochstrahlung. Hochleistungsstrahlenanzug. Offiziersuniform der Enklave. Wert 3. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt hergeben. Also. Schildblattbrille. Kein Gewicht. Hilfe. Oh, wir haben ja noch ein bisschen hier. TP plus 5. Ups. Hehehe. 97 Stimpaks und schmutziges Wasser. Weg damit. Lekornbissen brauche ich nicht. Kaugummi brauche ich auch nicht. Kartoffelchips brauche ich nicht. Ich muss ein bisschen Platz machen in meinem Inventar. Die kann ich gut gebrauchen. Biogel. Der Aliens. Aufbereitetes Wasser. Angepasstes Biogel 30. Oh, habe ich sogar dabei. Dann nehme ich mir Testrom mit. Und die zwei nehme ich mir mit. Plasmagewehr. Das nehme ich mit. Die Plasmapistole nehme ich mit. Da haben wir noch einen Alien Desintegrator und ich bin überlastet. War ja klar. Atomisator. 220 haben wir jetzt. Tch. Fünf Stück. Vier Stück. Fünf Stück. Vier Stück. Gehen wir mal da lang. Und da kommen wir noch. Moment mal. Wenn wir von hier kommen, dann müssen wir da vorne lang. Das haben wir schon leer gemacht. Genau. Dann geht es doch da vorne lang. Hier durch ging es ja nicht weiter. Da haben wir die Energie. Das ist der Schießstand. Okay. Waffenlabor. Na toll. Der Dippo, der ist ausgeschaltet. Ja. Hopp. Geh mal weg. Schieb mal deinen Schinken auf Seiten. Dann gehen wir da weiter. Mh. 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 Haben wir hier am Boden irgendwas liegen? Außer Kabel. Außer Spesen. Nichts gewesen. Nein. Hier liegt auch nichts. Experimenteller Bohr. Oh oh. Oh. Hier ist noch eine Tür. Waffenlabor. Jaja, tu mich auch. Oh. Neh mich mit. Das sind ein paar riesen Tablette. Klappt noch gar nicht. Oh. Zu dich. Es gibt Mittagessen. Du magst mir das Leben nicht schwer. Ja, das will ich jetzt schon. Äh. Die Energiemodule nehmen mich mit. Was hab ich schon gedacht. Was ist denn das für ein Vogel? Was haben wir denn hier? Red X. Jet. Buff out. Das Outfit kannst du knicken. Das will ich nicht haben. Äh. Bei einer G-Module 25. Ich bin sowas von am Arsch im Moment. Die Kampfrüstung. Die kann ich leider nicht mehr aufnehmen. Ich hab keinen Platz im Inventar. Oh, guck, schau, da liegt noch einer. Grundkorken und Haarklammern. Oh, nein, nein. Pfff. Vogel, du. Was haben wir denn hier? Hm, was zum Trinken. Lässt sich aber nicht aufnehmen. Oh, Bio-Gel. Ich kann mich leider mal in das Ding reinhocken. Okay. Oh. Sehr schön. Aktivieren Sie die Tür. Dann aktiviere ich halt immer. Da oben liegt noch eine Aufklärerrüstung.